Der hat auch noch ein schönes Auto. Wer ist hier am Jüngsten? Ich! Mirko spielt mit! Dann nicht, dann nicht. Dann setzt du Mirko bei Frank mit der Hände. Dann ist er wieder am Tisch! Da passt es wieder. Ja, dann passt es wieder! Hier ist es! Wir tauschen den Neko und den Wechter fliegen den Neko auf. Richtig, genau. Vielen Dank.